Künstliche Intelligenz ist keine Magie. Das ist Wissenschaft und sehr fortgeschrittenes Ingenieur-Tum. Aber es ist keine Magie und wir können sie beherrschen. Das heißt, wir müssen keine Angst vor ihr haben, auch wenn man wachsam sein muss. Viele kennen nicht nur Navigationssysteme, sondern auch die, die mit Echtzeitdaten einen Stau anzeigen. Und das ist natürlich wahnsinnig praktisch. Und es gibt aber auch immer mehr Systeme, die dafür eingesetzt werden, um bestimmte Entscheidungen vorwegzunehmen oder vorzubereiten. Wie zum Beispiel für Kreditwürdigkeit, um die festzustellen oder auch um herauszufinden, wer denn eine bestimmte Grenze übertreten darf oder nicht. Was wirklich wichtig ist, ist, dass wir den Menschen erklären, was diese Systeme tun. Und diejenigen, die das am besten könnten, das sind üblicherweise Eltern und Schulen. Denn das sollte schon in einem relativ frühen Alter losgehen. Aber es ist nun mal auch so, dass die häufig damit überfordert sind. Das heißt, die brauchen Unterstützung. Und Unterstützung können die bekommen von Organisationen wie Albrison Watch. Können sie aber auch bekommen von Stiftungen und anderen Einrichtungen, die zum Beispiel Unterrichtsmaterial herstellen oder einfach Informationen darüber zur Verfügung stellen. Denn es sind komplexe Fragestellungen, die wir haben. Und da brauchen die Menschen Hilfe. Europa hat ein großes Potenzial. Und zwar einfach deshalb, weil die Menschen zunehmend den Geschäftsmodellen und vor allen Dingen auch den Haltungen, die hinter diesen Geschäftsmodellen stehen, misstrauen. Jetzt vor allen Dingen denen der USA. Die großen Internetkonzerne, die dort aktiv sind, riskieren es einfach immer stärker, das Vertrauen der Menschen zu verlieren durch ihre Art, wie sie handeln. Bei den Chinesen ist es so, dass ich mal behaupten würde, dass die meisten von uns ohnehin Angeboten aus China nicht trauen, weil dort die Verquickung von Unternehmen und ja doch autokratischer Herrschaft sehr, sehr stark ist. Da hängt es natürlich dann davon ab, wie gut wir darüber informieren können, wie stark diese Verknüpfung ist. Das heißt, Unternehmen, die auf der Basis von europäischen Vorstellungen davon, wie ein gutes Leben zu sein hat, Angebote machen können, haben, denke ich, schon eine große Zukunft. Vielen Dank.